Also, 27p kann ich maximal streamen mit PC, bis ich nächstes Monomögliche den Ryzen 9 geholt habe, sonst hat das einfach sonst keinen Sinn. Ich brauche dort den Ryzen 9, gell Kevin? Ja. Wie sieht mein Charakter eigentlich jetzt aus? Dann kann ich in Full HD wieder streamen. Ja, jetzt kommen auch keine Bilder mehr verschlucken, jetzt ist der Prozess aber entspannte 80%, 70%! Ja, das ist eigentlich nur halb das Teststream, ist doch kein richtiger Stream eigentlich. Wie sieht mein Charakter aus? Wie siehst du aus, Kevin? Habe ich andere Klamotten an? Ja. Wie kann man sich von außen angucken? Ich glaube gar nicht. Ich glaube zu schießen. Junge, Junge. Ich guck gerade... Ich guck erst mal wie man den Charakter von außen angucken soll. Das ist mein Clown hier. Das ist scheiße, dass man den Charakter nicht von außen angucken kann. So. Ja, das ist wirklich scheiße. Am Schiff kannst du aber äh eh Dings ändern. Gehe jetzt zu Bord und deines Schiffes um die... die fahrt vorzusetzen du gekauft hast also ich habe von der mission von gekauft das war ja nur vorher heute mittag kurz gesehen reingekauft ich habe schon gekauft schade dass ich mein charakter nicht sehen kann wie das unsere schiffe zu schlage die schiffskarte auf dem tisch auf das kapitäns vor wo es die karte ist auf das kapitänzüte gibt gar nicht hier unten hier ist der karte hier hinten hier ist die karte gekauft hat also ich stehe dran emissionen stimmen ich hab grad einen export score ausgelenken wie sieht mein charakter aus kannst du mir mal ein foto machen guck doch guck doch guck doch im live live stream kevin dann kannst du gleich sagen wie es aussieht das bild dann muss ich kurz fire tv anschauen dann kannst du gleich gucken ob das stream ruckelt das dürfte nicht ruckeln dann präsentiert noch senkrecht aber auch gut der weißen 7 3800 x senkrecht aber der quadger steht auch senkrecht der schauer auf 98 prozent wieso steht beides auf senkrecht das ist hier witzig der acht der 16 kerner steht auf fast auch das acht kerner steht auf 70 prozent und der vierkarte steht auf 80 prozent das ist noch höher meiner steht auf 20 prozent meiner ist entspannt nur die grafikkarte steht auf 100 aber ich habe ja beschädigt habe entspannte 40 fps hier das läuft sehr geschmeidig noch mal gucken nutze den schiffskarten tisch wo ist ja da hinten die insel ist das ist so ein pinchen wenn sie deine finger ist es mein finger das ist dein finger glaube ich ich habe das team läuft echt sauber ich hoffe dass ich bin ich will weiter runter gehen läuft der kevin läuft der 27 oder höher aber es ist knack scharf ich muss mal kurz gucken florian wo müssen wir dahin hinter uns jetzt der finger weg guck was du deswegen gewesen war wie sie qualität was kommt drüber warum lachst du kevin das ist immer herrte ich gehe mit dem stream gell warte ich will jetzt mit jemandem wo wir hingehen darf ich mal kurz gucken geh mal weg da haben ja was er will ich ich will mal den charakter angucken lauf mal zu meinem charakter ich sehe ihn noch nicht was denn charakter ja drück die kugel drückt halten und dann die karte auszuwählen drück die jahre taste und die version aufzuzeigen wieso läuft meiner nackt kass ist du hier aus wie sich wie ist die qualität kevin der ton kommt auch raus der spiel sound ich weiß nicht ich höre nichts muss aber ganz alles mal anmachen dass spiel sound rauskommt und dein ton auch rauskommt ich muss gerade gucken ich guck gerade die insel du musst doch hier kugel drückt halten leertaste und dann hast du das hier jetzt habe ich die karte in der hand guck mal da muss man jetzt kann man gucken wo das ist ja gut das ist mir insel das ist so und so eine art so einen komischen dildo also echt was ist da so ein großes wild äh wie ist die größe von meinem bild unten kevin muss ich mich größer machen das ist genau richtig ist genau richtig perfekt lass die karte offen nutzen wir dann die schiffskarte schiff kommen jetzt jeden tag spieler irgendwelche ich bin tag ist ein spiel ich bin dank des spieler käme und dann kriegen wir abonnenten mit sich buchnicks abonnenten nicht ich dann bin ich berühmt und dann fängst du auch an dann bist du auch berühmt kevin ich würde nie springen okay mach das nicht das kostet viel geld nein das kostet mir so viel rechenleistung ja das merke ich und drinnen wird es heiß wenn circa der ryzen 3800x auf 80 prozent grad läuft das ist heftig also was ist das für eine schlechte qualität von der playstation ey mach mal die karte hoch ich sehs nicht also Kevin muss man ehrlich sagen die playstation macht echt eine miserable qualität weil da kann ich das auf full hd stellen und da läuft es für sicher da kann ich full hd streamen genau gefunden ihr habt's gefunden die müssen wie kann man seinen charakter anziehen das ist markiert oder was ja ach da müssen wir hin wieso bin ich nackt das nervt weißt du das da gibt es irgendwo so ein dingster hier unten kann man Klamotten hier Kleider truhe öffnen ich kann mich gar nicht umziehen was das will wir kennen wir haben keine Klamotten gar nicht hier mehr ich stecke jetzt mal Playstation ich stecke jetzt mal Playstation Kontrolle ein ja man ich bin angezogen ich sehe mich eben kommt der Hitzer raus 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 6 6 7 7 7 7 8 11 11 12 12 14 12 12 12 15 15 15 15 15 18 15 16 15 16 16 16 Account Irgendwas ist nicht kaputt, Kevin. Das sieht wirklich aus wie ich da bin. Ja, ihr seht den Stream ganz normal bei euch. Bei euch geht's nicht an und aus, das Bild. Aber bei meinen Hauptmonitor, da geht's das Bild an, aus, an und aus die ganze Zeit. Junge! Das Bild geht alle fünf Sekunden an und aus. Ey, dann geh weg vom Steuer. Ihr lasst mich am Steuer dann. Ich kann nicht, ich seh trotzdem alles noch. Wir müssen nach Norden. Weil ich auf dem 2-Montor noch alles sehe über die Capture-Karte. Aber der Hauptmonitor will nicht mehr, der ist kaputt. Du musst nach Norden. Mein Asus ist verweckt. Du musst nach Norden, nicht da rum. Ey. Ja, 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 der Bild geht Norden. Ja, andersherum, andersherum. Da mach ich schon. Nein, du fallst schon rum! Da kommt der Insel! Alter! Ich hab das Kompass gerade, ich seh's. Ja, jetzt ist gut, jetzt kannst du gerade ausmachen. So ist gut. So kannst du es lassen. Ja, da kann ich jetzt kurz mal gucken, was ist mein Monitor oder was ist das kaputt. Ich hab der Atem, ich hab grad nen Abgang gemacht. Ich hab grad nen Abgang gemacht. Das wird drauf. Ach du Scheiße, da kommen Felsen, Florian, lass mich ran. Ja, geh doch ran. Wo kommt dein Felsen? Das ist hier kein Felsen. Jetzt kann ich wieder normal so, dann ist es besser. Ach, da kommt echt Felsen. Du musst mich jetzt nutzen, ich seh's nicht. Äh. Ja, fahren wir so durch. Schau mal Niklas, ich bin live. Oh, da kommt ne Sandbank. Sind wir schon da oder was? Nein, guck mal unten auf der Map. Ach so, unten auf der Map. Der Ton tot aber vom Spiel, gell? Ja. Und deine Stimme halt mal auch. Was soll? Ich sehe's doch. Ich weiß nicht, wer Ton ankommt. Müsste bei nicht ankommen. Guck mal, wo meine Markierungen sind. Warte, wir müssen umdrehen. Das war die Insel gewesen, Kevin. Oh Scheiße. Ich hab's dir nicht gedacht, das war die Insel. Nimm mal rum. Oh Gott. Ach, was ist los, Asus? Spinnst du jetzt? Ey, das ist ja unglaublich, wie der erste Disco macht, mein Asus. Das ist ja unglaublich, wie der erste Disco macht, mein Asus. Ist das kaputt? Ich hab das kaputt, ja. Jetzt kann ich mir nächstes Monat mal neue Bildschirm kaufen, bevor ich mir noch einen Prozessor kaufe. Und wie ist die Qualität, Kevin, auf dem großen Fernseher? Was ist das im Fernseher? Ich weiß ja nicht, wie die Qualität drüber kommt. Ist okay. Okay. Also gut, Kevin, oder was? Ja? Oder oder flimmer zu flimmer oder rausch zu arg. Hey, ich brauch nen Map, wie das denn sehen. Dann müsst ihr jetzt wieder kommen, Kevin. Ja, da leuchtet sogar. Guck, wo meine Markierung ist. Ja, wir sind da. Wir sind da. Anker werfen. Bis zu Gott dran ist bei mir. Okay. Oh Gott, wir gehen auf. Ah! Ah, du Hornachse. Ich hab doch Anker geworfen. Junge, wir sind da. Wir sind auf den Riff gelaufen, vollhascht. Du hast zu spät reagiert. Scheiße. Wir laufen im Wasser voll, glaub ich, gell? Ja, wir müssen fliegen in das Wasser rein. Mhm. Wo sind die Bretter? In den Drohnen. In den Drohnen? Wo ist die Drohne? Ah! Hier geht aber so unter. Die müssen Anker lichten. Ich bin keine Bretter. Holzfass. Was? Wo ist ein Wasserpass? Was ist das für ein Gerücht bei dir? Das ist WhatsApp. Nein, wir laufen mit Wasser voll. Das ist so cool. Und es gibt keine Holzbretter mehr hier. Ich will keine. Ich bin hier oben versteckt. Ich hab ein anderes... Ey, wo ist das Schiff hin? Morian, Hilfe! Ja, wir haben das Problem. Das Schiff läuft unten voll. Ich hab... Holz! Ich hab Holz gefunden! Ich hab Holz gefunden! Holz gefunden! Hilfe! Geflickt! Ich hab's gepflegt! Wo kommt man da runter? Was hast du gefunden, Kevin? Wo soll man die Drohne abstellen? Das weiß ich auch nicht. Was ist das? Was? Wie geräuscht ist das? Was muss ich jetzt machen mit der Drohne? Hier muss Wasser raus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. In der Schatzkammer oder so. Ey, muss ich nicht. Wo ist der Feind? Ey, was ist das für ein Viech da unten? Ich weiß es nicht. Ja, das ist angepiekst! ich weiß nicht was der hier hat was das ganze plackert das bild das ein brandbombe ich loote drehen dich zur truhe was ist die truhe hingestellt wo sie hingestellt unten also kann man ja abstellen hier sind Sachen drin in dem Fass was ist das? Wannbombe und das? Donnerbombe was ist das Kevin? Au du bist ein Arschloch Entschuldigung ich hab einen Huhn gefunden du kannst das Huhn hier essen Kevin wie das aussieht ich hab keine Waffe meldet keine Waffe ich muss kotzen Kevin was hast du gegessen? ein rohes Huhn da kommt der Kotze ganz aus dem Maul raus und ich hab doch eine schöne Rohfressen er hat meine Kochstützung gehabt was dann wo ist jetzt was die Waffen drohe ich wenn wir eine Waffe haben wieder hier da wird er offen wo muss man jetzt hin Kevin zurückfahren ne ich muss die Trümmer öffnen das musst du öffnen das muss du öffnen ich will nicht wo jetzt irgendwo lagern ja und den einfach hinstellen wenn es zurückgefahren hätte ich jetzt mal brauchen ich bin ein Problem jetzt ja hier steht sie rein das ist doch ein Goldzammler bringt zum Goldzammler zurück der macht das der stellt sich mal ab gell ich versuch's wie das aussieht wie das aussieht du hast einen Frauenkleidern ja das ist scheiße es gibt keine Klamotten mehr ach so einfach hinstellen fertig aus mach mal den ankerlos ok dann müssen wir zurück die Insel finden hm 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 imbisal steile ist kraterweifle äh 70% Ja, ja. Äh, beide. Äh, Niklas schreibt, wie heißt du nochmal auf Twitch Twitch? Gottstein. Hä, scheiße. Äh, das ist jetzt schwierig, so auszufinden. Ey, ey, ey! Wir müssen erst mal auf Insel fahren. Du musst gucken, auf welche Insel. Ich seh ja nichts. Ja, warte mal. Ich muss echt raus. WhatsApp. Ja, wieder eines Bambus. Guck mal, du musst nur hin. Guck mal, Kevin. Ja, schnell. Warte, das ist ja die Markierte, hast du gemarkiert, also wenn du mal raus hast. Wir müssen da runter wieder. Markier mal, markier mal die Insel. Markiert. Äh, beide nach. Genau so. Läuft doch jetzt die Ton. Hört mal mein Ton. Ich kann nix mehr schreiben hier. Ich seh nix, diese Scheiß. Nick. Was? Tag. Keks. Ist der Ton eigentlich angenehm? Du musst Anker lichten. Du musst Anker lichten. Aaaaah. Gleich. Ja, jetzt, jetzt. Ich seh nix. Ich seh nix. Die Glocken drauf. Alter. Wir müssen näher ran. Äh, pass doch, Kevin. Sagst du, ich will nicht da raufen. Wah. Gib mir den Karton. Äh, die Küche. Ich seh nix. Ja, zorn. Puh, hier kommt ne Wärme sonst. Nicht so viel schlimmer. Wir kommen aus zwei PCs Wärme hoch. Aus zwei PCs ist das nicht normal hier. Ich hoffe das Ton angenehm ist, Kevin. Keine Ahnung. Also, ich hoff es nicht, wie ich eingeschnitten hab. Bring dir die Truhe zum Goldsammler, um sie zu verkaufen. Ich will ein Pirat geworden. Wir suchen nach glänzenden Gold. Ja, und jetzt können wir das nächste Ding kaufen, ja? Angebote für Goldsammler durchsuchen. Hey. Hey. Let me check your Pockets. Und du andere Schätze hast du nur Goldsammler? Kevin! Hm? Ich weiß nicht, ob das zu laut ist in diesem Stream. Was ist das? Iiii! Was ist das? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt können wir die Skelette oben an. Ja, da sind wir voll versprochen auch. Das kann man hier machen. Grab a weapon and get back to the fight! Ja, zeig mal deine Angebote. Geil! Alter, wie viele Waffen es da gibt! Ah, hab Spaß da draußen, Pirate! Ich zieh dir mit den Waffen, ey! Also die haben es deutlich verbessertes Spiel, muss man sagen. Holz für Lagerfeuer benötigt. Oh! Oh! Donner! Donner! Hey, das ist eine Frau mit... schwarzen Augen! Seelen-Dönners durchsuchen! Oh Gott, das will... Das wird noch Arbeit, sich hochzuspielen! Was ist das? Kampf um die... Nee, das will ich nicht machen! Der Waffen wird sich großig an! Sollen wir noch mal ne Schatzkarte machen? Das war genial eigentlich. Vielleicht wir gucken, was noches gibt. Hier können wir auch noch was verkaufen, Kevin, glaube ich hier. Mit Tom sprechen. Hey, cool! Man kann seine Ausrüstung verbessern. Hey, guck mal, da gibt's voll coole Sachen. Hey, da gibt's nen coolen Kompass. Da gibt's nen schrägen Schaufel. Und Trommel! Und du komische Gitarre. Ja klar, ein anderer Eimer, was was für wieder vorläuft. Trommel tatsächlich. Hä, ne Angel? Man kann jetzt angeln. Ich kaufe mir ne Taschenuhr. Ja. 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 Was? Ja, wenn du musst... Du musst ja voll... Fallout 76 und dann ist auch ein Modibler, gell? Warum soll ich Fallout? Nee, ist auch ein Modibler, können wir auch mal spielen. Gibt's ja auch grad kostenlos bei Xbox Game Pass. Ey, guck mal, ich hab ne Uhr. Das ist gut. Was macht dich wohl? Was? Chicken. Yes, weh. Ich bin schäbter, als du, als du da mal einfacher bist. Du hast das immer angenehm. Das ist kein Überblick. was macht er mit den schlüssel welcher schlüssel das gibt es hier oben kämen für karten zu kaufen hier kann man auch sich schatz karten kaufen oder was ist das hier hier kann man auch karten kaufen ab level 5 ist jeweils freischaltbar also kannst du handeln musst du musst du handelsachen mitnehmen seefahrer ach man seefahrer kann ich erst ab level 5 machen und das hier oben da kann jemand schiff erfährten junge wie teuer seefahrer können wir können mich so machen da oben gibt es das seefahrer können wir machen bist du ausgeben jetzt bin ich nackt nee warum was ist jetzt los wo ist unser schiff also dass wir können später mission machen als seefahrer noch ja das müssen wir jetzt noch schatzkarten machen und das ist noch 11 wahrscheinlich ja in level 5 gibt es seefahrer level 5 gibt es seefahrer soll ich mit dem schiff abhauen ja dann nicht gut war der ton angenehm schreibt mal handy ich möchte nicht erst schreiben ob der ton angenehm war aber ich kann nicht schreiben war der ton gut ich hab mir alles gehört ich hab mir alles gehört wie sieht man gar nicht komisch aus wie das ist normal ach der nigger guckt mir dazu aktivier mal windows oh lol aktivier mal windows aktivier mal windows ja ich weiß ich muss windows aktivieren ja das muss ich noch machen wenn es aktivieren ja das muss ich noch machen wenn es aktivieren ja das muss ich noch machen wenn es aktivieren jetzt weiß ich wie mein kraft da aussieht es nervt der dir ist mal neue liste kate zu kaufen wenn man einmal das window in einen blatt manabot gekauft hat ja kevin schau mal wie ich aussie ja was wo bist du hier ach da bist du kevin hm du guckst so witzig mit deiner nase hm 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 mach den dinger runter kevin kann man nicht ich will wissen wo wir hinfahren wir müssen auch die karte unten rein bringen so, stimmt ja missionskarte ich hab hier drei kartenkosten sie gekriegt warte falsche tisch was ist das eigentlich zehn mal knarrt keine Ahnung ich nehme nimm irgendwas ich muss ja abstimmen was ich hoffe dass das bild auch gut ist oder wie der immer da drin heißt i o n e w a 4 k 3 r hoffe dass das bild angenehm ist ja warte mal wo ist meine karte jetzt meine mission hast du die karte auch gekriegt kevin ja natürlich ich habe irgendwie zwei karten sehe ich jetzt hier gerade okay ich hab die insel gefunden ok cool da, guck auf der Map wir müssen nach Norden wir müssen zu 5 5D du bist zu echt zu du bist zu weiß im Gesicht echt unnormal warum wir die so weiß im Gesicht ach so die Spotscheiben aber zu hell eingestellt das kann sein warte mal ich kann die auch ein bisschen gelber machen der ist noch schlimmer jetzt ist es ein bisschen dunkler nicht? jetzt müsste es besser sein ich will mal die Kanone testen ich will mal die Kanone testen ich will mal die wir haben uns ja gerührt ja toll ja toll was ja genau guck mal bis sie unten auf der Map du musst wieder achten ich hab die bisschen höher gemacht die die sie wir müssen da Mohamed Nein! Pass doch eh sie geradeaus Ein Stich noch zu ziehen Ja, du bist richtig immer schön geradeaus. Ich schreibe hier auf einen Kompass, dann ist es richtig im Laden. Geh mit dazu. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Hier waren wir ja schon, ja? Ich glaube schon. Ja, hier geht es ja auch schon. Was ist denn da markiert? Hö! Wo ist denn da markiert? Wir müssen umdrehen, Kevin. Wir sind schon drüber. Ja. Vorbeigefahren irgendwie. Komplett wenden, Kevin. Ich wende erstmal vorsichtig. Das ist eine Insel, ja, ich sehe es. Aber ich will nicht gegen den Felsen krachen. Haben wir hier um den Felsen rum? Oh, hier bin ich nicht knapp. Wir krachen gleich drauf, Kevin. Ich muss sagen, wie es hier ist, ich weiß es nicht. Der war da oben, wo es komplett wetten gehört. Ich kenne dich ja schon. Oh, für Klingel. Jetzt ist ich geiler, die Klingel. Ja, jetzt bin wir richtig wieder. Ja, komm. Perfekt, jetzt gerade ist durch. Ich bin angeblich so weiß im Gesicht, ich weiß auch nicht warum. Weil du immer gleich im Gesicht bist. Ja, ich glänze halt im Gesicht. Was? Guck mal lieber nach oben. Jetzt seid ihr komplett falsch. Was? Wir müssen nicht verhalschen, Niklas. Oh. Kevin! Hm? Wir sind in die andere Richtung wieder. Freunde. Wo soll ich denn das wissen? Ich sehe es hier nicht. Du musst mich navigieren. Ah, in die andere Richtung, Kevin! Hm? In die andere Richtung. Da ist die Insel, ich sehe was. Wir sind in die andere Richtung, Kevin. Welche? Äh, in die andere Richtung einfach. Ja, genau in die Richtung. Wo ist eine Insel vorne? Ja, ja, ja. Du guckst die falsche Insel an. Weiter drehen, weiter, du bist richtig. Weiter drehen, weiter drehen. Noch ein bisschen weiter drehen. Tja, mit mehr Leuten ist das interessant. Ja, wir fahren nach oben, ja. Guck. Sag mir, das ist diese Insel. Weiter, weiter drehen, weiter drehen. Stopp, jetzt geradeaus durchfahren. Wer ist denn markiert doch? Ja, ich sehe es. Ich sehe, ich sehe ja die Markierung ja nicht. Ja, die hast du markiert. Ja, die Insel. Das ist die falsche Markierung. Weil die Nika schreit ganz immer nach oben, nach oben immer. Hä, ich verstehe grad nicht. Ja. Weil dann, wer da oben ist, dann noch mal ne Markierung ist. Mal gucken. Jetzt sind wir wieder zurück. Ah, der Nika hat's recht gehabt. Da säg ich nach oben. Da sind so viele Markierungen auf der Karte hier. Wer hat so viel Scheiße markiert. Jetzt. Du. Alle rauslöschen hier. Ja, außer die Insel, wo ich dann markiert habe. Ja, die habe ich drinnen gelassen. Ja, scheiße. Ja. Ich steuere mich mal richtig. Ja, die ganze Rechte gehabt nach oben. Ich dachte grad so, irgendwas ist ja grad komisch. Jetzt muss es geradeaus durch. Geradeaus gehen. Ah, nicht so weit brechen. Eine andere Richtung. Bis hier in die andere Richtung. Das ist ein Schiff. Das ist kein Auto, wo sich schnell steuern lässt. Achtung. Ja, ich muss gleich Streeping ausmachen, weil ich gekitzschlag. Ich nicht. Von mir ist schön kühl, ne? Junge Kid. Du musst gar nicht wissen, wie heiß da drin ist. Der macht mal die Tür aus. Junge. Alter. Hey, ich weiß schon immer noch nicht, welche Insel du drin hast. Warte. Was musst du aufmachen? Wieso warte? Das Schiff kann nicht warten. Hm. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ist der weiß in allen anderen Kühler? Nö, der ist noch wärmer. Ach, scheiße. Der brauch ich. Okay. Genau. Geradeaus. Geradeaus hoch. Ist ganz schön weit weg, die Insel. Hast du jetzt die Tür aufgemacht? Ja. Kann die Tür rausziehen? Ja. Kann die Tür rausziehen. Die. Ich hab auch geschmeckt. Die würde mich heute ein bisschen ärgern. Hab ich das Gefühl. Ich hab hier ein scheiß Boden. Ja, guck mal, wenn ich mich will. Woran wir hin? Das ist wichtig, Carlos durch. Die Insel, wenn ich die Insel da vor uns, nehmen wir es mal umfahren. Und dann Carlos weiter. Da hast du das vor uns? Ja. Trotzig. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass wir die Kavians angucken, das wir nicht falsch waren. Ja, ich habe den Kavians angucken, das wir nicht falsch waren. ja die sind fahren das geht ja wirklich da oben ab ja richtig einfach so gerade für ich muss ein bisschen korrigieren die auf Böllen sind. Alter, bitte Schaukel. Was denn? Was war das? Jetzt weiß ich auch nicht was das war. Durch den Insel. Gefahren. Der muss ja irgendwo Wasser rein. Der friert Wasser irgendwie unten rein. Scheiße, wir haben ein Loch. Dann repariert. Alter, unser Bett läuft voll. Alter. Was ist denn hier los? Ich bin ziel krank. Ich auch. Wir fassen hier los. Ah, ich bin ins Wasser eingefallen. Ja, ich kann nicht anhalten, lieber Adler. Muss doch auch nicht, muss doch auch nicht. Da kommt so eine See, so ein Seeprims da, ja. Ja. Für die Welt sieht die geil aus. Das ist jetzt für Adler. Alter, wie kann ich denn die deutsche Richtung? Ja, hier kommt der komische Tipp. Da kann ich mich draufbiegen, wie er kann. Ich bin auf Schiff wieder. Ich bin wieder laufen. Ah, Kevin geht runter. Ja. Ja. Ich bin wieder auf der Insel. Ich bin wieder auf der Insel. Ach du Scheiße. Ich bin wieder auf der Insel. Wir fahren in die falsche Richtung, Kevin. Ja, ich kann nichts machen. Der Sturm ist so heftig, gell. Mhm. Wenn man stirbt. Der Sturm ist so heftig, Sterne. Moin, der Sturm ist so heftig. Der Sturm ist so heftig, für mich. Der Sturm ist so heftig. Man ist so heftig, es ist so heftig. Bist du mir wieder in Ordnung? Nein, du buntes Kompass! Wo ist denn das Biss? Da ist immer noch ein Wendem. Ich will das kaputtgegangen. Ich hab's auch gehört. Ach du Scheiße, da kommt ja endlich das Wasser rein. Das ist ein Gammelboot. Du wolltest das kleine nehmen. Das kleine ist wahrscheinlich noch schlimmer. Ja. Wer weiß es. Wer weiß noch, dass es ein Gammelboot ist. Ach du Scheiße. Das war gut, ach du Scheiße. Wir hängen total Schäpps in Maswa. Wenn die Wände heftig sind. Der kommt hoch, guck mal. Was bringt jetzt oben, wenn du jetzt auf den Wasser gucken willst? Ja, ich guck gleich unten wieder. Ja, jetzt ist wieder alles kaputtgegangen. Ja, jetzt gehört. Aber jetzt rausgucken. Junge! Ja, da kommt eine Insel. Da können wir halten kurz. Warte, dass der Sturm aufhört. Versuch rüber zu gehen, aber geht nicht. Das war ein Fehltreffer. Du sollst ja nicht runterjucken, du Hirni. Ich wollte schnell Abgang machen, aber das war ja kacke. Und das Schiff geht unter. Ja, ich kann... Ei! Scheiße! Ja, die Meerjungfrau! Komm her, du Meerjungfrau! Komm her, Meerjungfrau! Wie mich aufs Schiff! Gotti, bieh mich aufs Schiff! Ich bin aufs Schiff. Was ganz normal rausgekommen ist, war das Spiel ja wirklich scheiße. Aber jetzt... Kevin, nein, ich bin drauf! Ach du scheiße! Wir kommen so gut runter, wie wir jetzt. Wir brauchen den André dazu noch. Wir brauchen mehrere Leute. Ey, hast du überall... Ja, ja, ja. Der will so schnell hier runter! Der legt sie überall. Ah, ist an der Schiff. Gibt's einer Schiff-Abschiff? Komm, wir brauchen sie. Wo ist mir das kaputt gegangen? Komm! Ja, das geht mir eigentlich nicht! Das geht mir auch nicht! Kann das Schiff stehen, oder? Das geht nur noch treten. Das hat ein Chinese-Zahn gebohrt mit Corona. Hat zu viel gehustet jetzt. Das hört zu viel Löcher. Ja, das ist der Sturm, halt. Ich geh mal auf die Insel. Ich guck mal, was da geht. Ich brauche jetzt ne Pause. Ich bespiele dann ne Stunde, Kevin. Auch schon. Ja, ich brauche mal ne Pause. Geht's niemals ab? Ich muss zum Aldi, wenn ich ne H von mich holen. Warte kurz. Kannst du speichern? Kannst du speichern? Ist speichern, weil es hier auf dem Server läuft, der von denen. Das heißt, wenn ich jetzt aufs Schiff gehe und... Warte kurz, ich muss erstmal aufs Schiff. Ja, ich kann einfach rausgehen. Du beschlappst dich dran, ne? Nee, wir sind einfach, weil wir schon... ... ... ...